In der schillernden Welt des Eises, wo die Grenze zwischen Traum und Realität verschwimmt, treten das Berliner Eiskunstlaufpaar Annika Hocke und Robert Kunkel mit anmutigen Pirouetten und kraftvollen Sprüngen auf die Bühne der meistbesuchten Eishow der Welt. Holiday on Ice 80 Jahre Holiday on Ice ist eine wahnsinnig lange Zeit, über die Zuschauer Eiskunstlaufen sich angucken, in einem Showambiente und einfach die Zeit genießen können. Und das bedeutet für uns natürlich sehr viel, ein Teil davon sein zu dürfen. Für die EM-Bronze-Medaillengewinner ist dies weit mehr als ein Highlight. Es ist eine unvergleichliche Reise durch ihre persönliche Eislaufgeschichte. Angefangen von den ersten zaghaften Schritten auf dem Eis bis hin zu den glanzvollen Momenten des Wettbewerbs und nun bei Holiday on Ice. Ich war vor ungefähr 20 Jahren, also mit 5 Jahren mal bei Holiday on Ice und ich glaube, wenn man mir damals gesagt hätte, dass ich da mal mitlaufe, in 20 Jahren hätte ich das nicht wirklich geglaubt. Inmitten einer atemberaubenden Kulisse erzählt No Limits eine Love Story, die das Publikum auf eine abenteuerliche Heldenreise mitnimmt und in vielfältige Welten entführt. Es thematisiert das Überwinden von Grenzen, die Suche nach Liebe und die Bedeutung menschlicher Verbindungen in einem spielerischen Abenteuer zwischen Fantasie und Realität. Annika und Robert haben eigens für diesen Auftritt eine Performance kreiert. Eine sehr powervolle Nummer, die uns sehr, sehr viel Spaß macht und einfach, wo wir Showelemente eingebaut haben, ein bisschen was anderes als im Wettkampfsport und für uns natürlich auch neue Limits gesetzt haben. Die Performance in ihrer Heimatstadt markiert auch den Gipfelpunkt ihrer Trainingsphase vor der anstehenden Weltmeisterschaft. Diese findet vom 18. bis zum 24. März im kanadischen Montreal statt und das Berliner Duo hat bereits Ziele fest im Blick. Wir wollen zwei fehlerfreie Programme laufen für uns. Wir sind wirklich gut vorbereitet, freuen uns einfach darauf, den Wettkampf zu genießen und hoffen, einen super Saisonabschluss für uns zu finden. So zeigen Annika Hocke und Robert Kunkel mit jeder eleganten Bewegung und jedem kunstvollen Sprung nicht nur ihre technische Meisterschaft, sondern auch ihre tiefe Leidenschaft für das Eislaufen. Sie erinnern uns daran, dass das Streben nach unseren Träumen eine Reise und eine Quelle unendlicher Magie ist. Wir sehen uns daran, dass das Streben nach den Gipfelpunkt ist. Untertitelung des ZDF, 2020